100 Teile Unterschied zwischen den beiden, zwischen den dreien. So, wie gesagt, wollen wir mal ein wenig weiter lüften, das Geheimnis. Ich darf auch den König aus seinen Häusen verabschieden. Sven Kropp hat ein 122,2 Teile geschossen. Neustadt und Nürnberg, zwei Kandidaten, die auf jeden Fall noch nicht Hauptkönig geworden sind. Das bedeutet, die Museumsstiftung wird wieder ein Bild erstellen lassen, den einen dieser beiden wackeren Schützen für die Ewigkeit profitieren wird. Wir haben mittlerweile weit über 90 durcher Königsbilder im Schützenmuseum hängen. Jetzt kommt der kleine Werbeblock für das Schützenmuseum anzuschauen am kleinen Plan. Ich will es aber auch nicht allzu lange ausdehnen. Hauptkönig ist geworden, mit einem 22,2 Teile. Er kommt aus dem 191,42 Meter Friedrich von Wehr. Peter Wettschneider, den da geflossen, 83,0 wird auf dem Weg gehen. Ich sage dir mal, Migration können wir wunderbar. Ja, wir können Migration ein holländischer Schütze auf einem Königstron in Zelle. Herzlichen Glückwunsch, Friedrich. Ich wünsche dir ein wunderschönes Regentschaftsjahr. Viel, viel Spaß mit deinen Neustädtern, aber auch mit dem gesamten Schützenvolk. Du bist Hauptkönig der Stadt Zelle. Viel, viel Spaß heute und in den nächsten drei oder 65 Tagen. Herr Johann, noch einen Tag länger. Wir haben es heute. Vielen, vielen Dank.